Die Dips kräftigen die Brustmuskulatur, den Trizeps und die Schulterblattstabilisatoren. Setze dich auch recht hin und stütze deine Hände rechts und links von deinem Becken ab. Halte die Arme gestreckt und hebe durch den Druck der Arme dein Gesäß von der Sitzfläche ab. Um die Übung zu erschweren, stelle deine Füße etwas weiter nach vorne und beuge nun deine Oberarme nach vorne. Halte die Ellenbogen über deinen Händen. Bei ca. 90 Grad drücke dich auf demselben Weg in die Ausgangsposition zurück.